ja ich ich so was ein bisschen suspicious hier aber nicht super suspicious sondern eher so suspicious ja was gibt es hier denn was ist denn schniedoubles dabei was ist denn schniedoubles klar wo gibt es das denn noch sonst also kann ich das nur bei dir ich hab grad so ein typen getroffen der sagte ich krieg hier keinen scheiß so aus tunidad und tobago so double doubles ich brauche geld von dir